Die Bundesregierung setzt bei ihrem geplanten Konjunkturprogramm Neuordnung der Finanzmärkte in Washington Die rechtsextremistische NPD gerät immer weiter ins Israel ändert seine Strategie im Kampf gegen die libanesische Gefahr eines Bürgerkrieges in der Türkei Einer der größten Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik Weltweite Überwachung Der Krieg könnte auch Verletzung der Territorialien Irak, Morde und Massenabkommen Terroranschlägen Koalitionsvertrag Europaanschlägen Afghanistan Politik Mitte 2008